Schönen guten Tag und willkommen zurück bei Morrowind. Ich bin jetzt wieder bei der Angruft. Dann das Angruft. Da haben wir ja letztes Mal nochmal und haben eine schöne Rüstung gefunden. Wir haben Sachen wegsortiert und bin wieder hier hängelaufen, damit wir jetzt nicht irgendwie zu viel Aufregungszeit haben. Wo kommen die ganzen Gegner her? Wo kommen die alle her? Das ist wahrscheinlich neugespawnt, ne? Tja, Mensch. Aber nochmal hier rasten, ne? Die schaffen wir schon, ne? Irgendwie schaffe ich die schon. Ich mache das am besten, am cleversten. Jetzt ist ja schon wieder was anderes. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich habe wieder... Wo ist er? Da! Wunderschönen Ring. Das brauchen wir aber echt schnell nach. find ich gut also hier war noch genau da ist noch der Asche da sind zwei oh jetzt sind alle auf mich aufmerksam geworden noch bewegen warum bist du so langsam Ich will nicht den! Ich will den! Ich treffe ihn nicht! Alter, das ist ja auch mega kacke! Ich mache nicht genug Schaden, um die hier fertig zu machen. Dann wird halt einer... Genau. Nur das Skelett, bitte. Nur das Skelett, bitte. Komm her. Komm her, was ist denn da? Ich helfe mich! Sag mal... Ist das hier so ein Skelett-Kiss wieder oder was? Was stimmt denn nicht? Warum sind hier so viele von denen? Okay. Okay, 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 okay. So. Der Skelett-Biss ist weg. Das ist schon mal gut. Mal schauen hier. In der Schrift. Was macht die denn? Gewöhnliche Krankenhäuser. Ach, ich dachte, das wäre was Schönes. Ähm... Mondschatten, Panzer, Schuhe, Stiefel. Ja, das brauche ich jetzt gerade alles nicht. Ich brauche was richtig Gutes. Ein Blitz. Den bräuchte ich, aber... Krieg den halt nicht. Also, ich habe es noch nie geschafft, den zu beschwören. Blockieren. Lähmung. Das wäre eine Idee. Lähmung. Jetzt schaffe ich das. 2, 2, 2... Ja, komm mal hier rüber. Du müsstest mich doch hören. Komm schon. So kacke. Meine ganze Stärke. Mann. Und ich habe nichts, um das wiederherzustellen. 330. Ich will mich jetzt gleich schon wieder zurückporten und dann wieder hier hin. Habe ich was womit ich... Willenskraft, Glück, Frostschild, Feuerschild, Blitzschild, Zauberabsorbieren. Ich probiere das jetzt einmal mit diesem Zauberabsorbieren aus. Ob das klappt? Moment. 30, ne? Ich möchte gerne noch ein bisschen trinken. Ist das oder klappt das nicht? Sehr komisch. Doch, jetzt kommt es in die Welt. Ja, warum machen die denn das so viel? Ja, furchtbar nervig. Ja, war klar. Das ist Zeitverschwendung pur. Mann. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch nicht... Ich kann ja noch nicht mal... Laufen. Ich müsste mal... Hier, der wiegt allein ja schon 26,5. Boah. Waffe wiegt nochmal 19. Zu viele Gegenstände. Gut. Andere Überlegung. Hier war das, ne? Ja. Wir lassen das mit der Gruft. Nein. Wir lassen das mit der Gruft. Das ist jetzt gerade pure Zeitverschwendung. Direkt infiziert hier mit Gelbbeule. Nice. Können wir nichts Schöneres vorstellen. Ah, die Zauberkirche! Ach, komm schon. Fassend. Passend. Das Wetter ist passend zu meiner Laune. Das Wege. Was doof ist aber auch. Hä? Na also. Hört ich mich, ne? Gut. Ja. Dann lassen wir die Angruft, Angruft sein. Ich werde zwar gerne weiter erkundet, aber wenn ich da permanent immer wieder weg muss, gibt es wahrscheinlich einen Fauber, den ich leeren kann. Ah, den finde ich schon irgendwann noch raus. Irgendwann. Und jetzt. Moin. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Deines Geheimnis. Ja, das kenne ich schon kurz. Ratschlag. Kämpft nicht, wenn ihr erschöpft seid. Echt? Es gibt's? Erschöpfung gibt's? Nun, ich höre. Wo steht das denn? Wo steht denn? Wo steht denn, ob ich erschöpft bin? ah. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, hier gibt es ja noch ganz viele Sachen, die ich jetzt einsammeln könnte. Aber ich will eigentlich ja die Quest machen. Das heißt, ich muss mal nicht hier lang. Oder? Oder? Ich fand, okay, zurück. Brücke, Mondfall der Festung. Wobei, ich sollte die Brücke nordöstlich in der Fest... Nordöstlich der Festung, Brücke. Nicht überhaupt lang. Die Festung... Hier ist nordöstlich. Ich bin falsch. Heiße. Ich muss jetzt wieder zurücklaufen, ne? Wenn ich da über den Berg... Warte mal, ich geh mal da vorne zum Wegweiser. Das wird bestimmt weiterhelfen können. Habe ich immer noch die Geldbäule? Wieso hab ich... Ah, ich hab... Ich hab vergessen meine... meine Stärken wiederherzustellen. Nachdem ich... die einmal infiziert hatten. Das ist ein Viech. Jo, jo. Wenn man das kaut hier... Wo geht's da hin? Nach Suran. Ich lauf jetzt mal nach Suran. Ne. Doch. Doch, ich lauf mal eben nach Suran. Oder? Eigentlich ist es Schwachsinn. Ich muss da lang. Boah. Ich kann besser vom Balmora starten bald. Du kommst mir gerade recht. Ich bin weg. Kann man die Pflege bitte? So. Ah, er kam da. Da unten sind wir noch im Quartier. Okay. Die beiden schlage ich jetzt kaputt. Hä? Ach. Warte mal. Hallo. Ah, er hier. Der hier. Dann machen wir erstmal ihn hier. Komm, zapp ich nicht! Nee. Nee. Manchmal ist es aber auch schon echt gemein. Ne? Brennt's ja schon fast am Mobbing hier. Komm runter. Ja. Komm. Ja. Komm. Also ich hab jetzt folgende Überlegung gemacht. Ich fahr mich zurück nach Zamora. Ich laufe zu dieser Festung. Geh mal in die Festung. rein. Und guck mir das da mal an. Denn ich scheine ja irgendwie nicht weiter zu kommen. Das heißt, dass ich dann in der Festung irgendwie weiter komme. Das war jetzt so mein Plan. Kannst du hier fudern? Kannst du hier schlechtern? Wiss ich auch nicht. So. Oder kann man hier irgendwie... Das ist ewig weit weg. Und richtig weit gerannt. Das ist die blöde Waffe. So. Rück mit dir! Ich könnte natürlich auch Sachen verkaufen, aber ich will eigentlich gerade keine Sachen verkaufen. So. So ist noch kein Moor. Boah, es hat geklappt. Einmal pennen. Und... Ja. Ich bringe noch eben kurz ein paar Sachen hoch. 7. Und dann renne ich mal zur Festung. Ich schalte euch mal wieder dazu, wenn ich bei der Festung bin, ja? Gleich. Da ist die Festung! Weiter! Natürlich. Was ist sonst? Dankeschön. Hä? Hä? Ein Gegner hier? Warum ist hier die Musik so krass? Gefängnisstürme. Nein. Also ich kann nicht durch die Festung durch. Bleibt in Bewegung! Okay. Hüpf. 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 Dann guck ich mir mal die Festung an. Der Innenbereich. Wen haben wir denn hier? Gibt es was zu peipen? Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Ich will handeln. Aha. So diverse Dinge. Und dann echt wenig Geld. Hast du Zauber? Ja. Was hast du denn? Ähm. Edrische Willenskraft. Festigt. Ausdorf. Festigt. Schade. Okay. Tschüss. Hast du zufällig irgendwo... Oh, das sind Waffen. Vielleicht hast du hier was Schönes verkaufen? Ah, was haben wir denn hier? Ähm. Sieh keine Einland-Axt. Bleidung? Ah. Entschuldigung. Nö. Noch nichts Schönes. Sonstiges? Oh nein. Weiter! Hier ist noch einer. Was hat er hier? Irgendwelche komischen Sachen. Tschüss. Wenn ich diesen Elfen jemals wiedersehe, steckt er in großen Schwierigkeiten. Ausbildung. Nein. Okay, alles klar. Weiter! Also ich könnte hier so gesehen der Festung beitreten, ne? Ein Laien... Mitglied zu werden? Nö, will ich nicht. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Oh. Festige Willenskraft, festige Charisma. Schaden, Schaden, Schaden. Heilen, aha, aha. Ne. Danke. Tschüss. Und was ist du noch so? Oh, ne Menge Sachen, ne? Tränke. Alles. Kein Bedarf. Jo. Der Dude hinterm Altar hat natürlich Geld. Zauber? Ne, ne. Zauber. Ich würde mal gerne wissen, gibt es nicht... Es gibt doch bestimmt Zauber, die diese ganzen Sachen, die diese blöden Knochen-Dudes da machen, wieder weg machen. Die setzen ja meine Stats runter und es gibt doch bestimmt auch Zauber, die diese Stats wiederherstellen dann. Hoppala. Sieht was, wie es rührend ist. Auf das Milieu hier raus. 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 Ja. Egal, also... Ich laufe jetzt mal einen anderen Weg. Ich bin immer... Moment. Ist hier das? Ich bin immer hier unten rechts lang. Und jetzt gehe ich mal hier oben links lang. Da. Und hoffe, dass ich, wenn ich... Moment. Ich hoffe, dass wenn ich hier lang laufe, dann laufe ich sogar richtig zurück. Olak Amur. Vielleicht hier lang? Ich laufe jetzt mal hier lang. Ich hoffe, dass ich hiermit richtig bin. Sieht nicht richtig aus. Egal, ich laufe jetzt mal hier lang. Ich muss sagen, ich war hier noch nicht. Oder? Doch. Nein, das sieht nur so ähnlich aus wie bei Caldera. Genau. Das war's. Ich geh jetzt mal hier lang und hoffe, dass ich mal am Ziel ankomme. Ich lese mal hier noch nicht noch. Hinsichtlich! Ich lese mal hier lang... Ich schlic. Wie wäre das? Ich glaube, dass ich gerade für einen guten Flachskill will die Blumen hier haben, bitte. Ich denke, das wird die letzte Folge sein, die ich jetzt am Stück aufnehme. Meine Orientierung lässt mir das zu wünschen übrig. Und das ist nicht schön fürs Let's Play. Nicht das Erinnerung. Unsortiert durch die Gegend. So. So. Wie sieht es denn hier aus? Ja, ne, die Stahlblumen nehme ich jetzt nicht auch noch mit. Gegner? Wo? Ach, hier! Ich glaube, dass da... Oh, ich glaube, ich glaube falsch die ganze Zeit. Ich meine, ich denke, ich denke, ich denke, ich habe es jetzt. Ja, ich denke, ich muss da vorne lang. Ich habe ja was von Dremmerruinen gelesen. Nicht genug Magikerpunkte, ist nicht schlimm. Passt du mal, bist geheilt, bitte. Ich glaube, ich glaube, ich habe es jetzt schon wieder hell. So. Heizen wir mal eben. Lala! Heizen wir mal eben wieder zurück zur anderen Weggabelung. Gehen hoch. Ich hoffe, dass das richtig ist. Muss richtig sein. Das ist ja auch eine Brücke, wie das in der Beschreibung steht. Du sollst an der Fässung vorbei über eine Brücke. Warum ist eine Brücke? Das weiß ich, weil wir da sind wir schon mal hin und haben da so einen Würfel geholt. Muss hier sein. Nicht anders. Wenn wir jetzt mal ein bisschen schneller wären, wäre natürlich geil, ne? Und ich arbeite ja schon daran, dass die Schnelligkeit weiter hochkommt. Jedes Level kriegt Schnelligkeit. Komm her, Kollege. Oh, da bleibt er hinten hängen. Auch okay. So, hier ist die Dremmerruine. Hier ist die Brücke, aber es ist nicht die Holzbrücke. Ich laufe jetzt mal hier links lang. Sieht auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. Ganz schön kritischer Schlag immer unten auf sein kleines Hüpfelchen da. Ich falsch verstehen. Ich dachte jetzt gerade, der lähmt uns zum Schluss. So, hier sind wir jetzt drüber, ne? Da ist ein Schild. Da will ich hin. Ja. Straße ist für die, die sie orientieren können. Sie können es nicht. Dann müssen wir auf Road gehen. Sag mir bitte, dass ich richtig bin. Also da ist Balmora, wie weg? Was ist hier? Olaqma? Was ist das? Hier ist gerade das Schild. Echt unhöflich von ihnen. Wilder Guar. Ich laufe jetzt mal Richtung Molagmara. Und hoffe, dass ich richtig bin. Wo ist hier noch Kampfmusik? Ich gehe da noch. Vor allem ist das schon wieder eine Ahnung. Molagmara. Balmora. Ich gehe da noch. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Komm her. Du bist das. Ich will es mit spielen. Boah, ist das laut, ey. Ne, ja. So, sind wir hier richtig? Bitte sag mir, dass wir hier richtig sind. Die kann man wahrscheinlich... Was ist denn jetzt schon wieder hier? Nein, da ist hier viel los. Achso. Wow. Jetzt kommt noch die schwanze Küche da. Ah, der fängt schon wieder an. Sobald hier ein Zauber gewirkt wird, dann weiß ich halt nie, was das ist. Das war jetzt zum Glück nur so eine Art Feuerball oder so. Das geht ja nicht. Aber... Hulk. Also, ob richtig ist halt, wo ich hier bin? Ich würde sagen, ich muss da hinten hin. Keine Ahnung. Ich renne da jetzt mal hin. Können wir bis geheilt, bitte? Ich könnte nicht rasten, wenn ein Pfeind in der Nähe ist. Wo sind denn die Pfeinde? Ich sehe sie nicht. Ciao. Mann, ey. Die Dinger hier sehen, die sehen echt krass aus, sind aber voll schwach. Die können sich, was die tun, müssen nerven. Die hat zu hau. So, ich renne jetzt da hinten hin. Da hinten renne ich hin. Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Perfekt. Perfekt. So, das muss es doch bitte mal sein, jetzt hier. Können wir nicht sein. Wieso lost? Was seid ihr denn für welche? Skam? 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 Dann... Skam? Okay. Interessant. Wohne schon wieder so ein blutes Flatterpeech. wohl schon mal meine axt raus da gehe ich jetzt sind wenn ich da nicht richtig bin ich glaube dann google ich bald muss doch richtig sein so was ist das hier bin ich hier richtig wie komme ich hier hoch was ist das hier wer bist du hallo ihr werdet hier keine beliebtheitswettbewerbe gewinnen was ist euer problem höhlenratte fragen wir den noch aus ist das hier der richtige östlich festung oder wie drei monaten ne das ist ja nicht ist es hier maradou ist das dahinten ich bin überfragt ja ich werde wahrscheinlich googeln oder so ich weiß es nicht jedenfalls mache ich hier einen Cut und nehme dann an einem anderen Tag oder später nochmal was auf vielen Dank fürs Zusehen ich muss mal gucken wie ich mich hier zurecht finde und wir können mal eine reinschreiben wie ich diese Stärke bisher habe ich das nur beim Tempel wegbekommen aber es gibt doch bestimmt noch einen Zauber wo kann ich den finden den würde ich nämlich gerne lernen also vielen Dank fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge Tschüss